war nur Ali, war nur Ali, was soll ich er braucht den schon wie nett ihr wieder seid kannst du so nicht sagen ja echt mal das ist der geilste Sound finde ich Nusumi lernt jetzt erst mal fliegen Nö du nimmst mal an, achso ja genau, Nusumi ist ein Gop, er nein ey, fail, fail der trifft sich, der Abonnenten, er sieht einfach, was er von alt ist seine eigenen Abonnenten, er so echt mal aber meinst, wieso ich streike, das ist jetzt symbolisiert worden hier ja, ist ja klar, dass der MC jetzt schon erstmal an links geht, ne ey, hör auf, die Abonnenten zu töten was war das denn mir ist aber mehr Schaden gemacht als einem anderen ich wollte den König ins Wasser schicken bist du hängen geblieben, Junge geil, warum ist da unten die Kiste explodiert was für Scheiße bist du hängen geblieben, Junge wie geil ist das geiles Sound, Alter bist du hängen geblieben, Junge ist nicht krass nein, weg vom Seekröckig ist nicht krögt also ist nicht krögt, sozusagen ja, hast du denn gesagt jo, da war man mit Fisten oh, bei mir kommen halt andere, keine Ahnung war schon wieder diese komische Hexe, die lacht im Hintergrund ja oh sound sind so behindert oh, geil oh, geil wie der Igel versuchte sie, ey, ja, ist ja, kriegst du's noch, kriegst du's noch, Igel, geht's noch? ja, ich weiß Luft holen nicht vergessen, Igel ist das behindert komm, um dein Leben oh, oh Mixer Mixer warte du nur ja, warte nur, weil du tot bist oh, geil verstanden jetzt lass mich gewinnen, ich will den Sound zeigen nee, so leicht nicht ich mal das ist keine abgekaterter Sache doch steht alles schon am Anfang fest die Gewinner ja klar man, man, mach so jetzt blöd, er ist mutig er opfert sich oh, willst du nur hin? wow, jui was? was war das denn da unten? du hast genauso viel Schaden gemacht bei mir wie bei dir krank krankescheißel haaahale zu wie tötet dich selber haaahale zu wie bei mir kommt oder lieber schon äh, let's play an schon man schümmelt schon ab jetzt bärzt zueinander schuze die Wand an borst York so viel zu dir Geld hat Helo nicht letzte Runde schon gefahren? Ja Scheiße, ich will das jetzt hier schnell zu Ende bringen Ja, Flamme aus, Flamme aus, Flamme aus, Flamme aus Flamme aus Flamme aus Ja, dann kickt er mich in die Mine rein und fliegt selber weg Nein, Flamme aus Flamme aus Flamme aus, nicht nicht Dragon Ball, Flamme aus Scheiße Oh, warum Zu oder nix Halleluja, macht der Liga Was geht? Aha Fail Okay, doch nicht Ich dachte schon Du kannst es so billig haben können Salü Salü So, jetzt muss ich irgendwas haben, was da richtig schön Flächenschaden macht Ja, würde ich dir empfehlen, weil sonst hat nämlich German LP Das germanische LP gewonnen Und sonst macht er nämlich ne scheiß schöne Lenkrakete da in die Fresse und dann bist du ne Bitch, Alter hill Dude Hey, was ist das? Hör auf, nein, nicht Mach wir mal drüber rechts Hallo? Hallo? Was solltit dir sagen? was ist das denn geile Brieftaube Du musst doch sagen wo die hin sollen nicht wo die rumkreisen ich dachte die letzten Briefe los ach so ein Blödsinn einfach auf wieder aufklicken die trifft auf jeden Fall aufs Maul schön aufs Maul und jetzt jetzt gleich wie kalt und und kam mit an Oha die Stiftung der Welt oder das ist der Spostings von dem und das kann es nicht zeigen ja auch dann machen wir mal eine schöne Höhlenrunde jetzt so ja aber eine halbwegs vernünftige Höhlenrunde schalt einfach durch was da so machbar ist und der ja wir haben gerade dabei ja dann macht doch auch halt doch die Fresse Alter ach komm mal hin wir hier warte muss man noch nacharbeiten ja muss man aber noch nacharbeiten diese scheiß Versteckmöglichkeiten müssen erstmal weg hier oh du mach doch lass doch mal ja ist doch okay jetzt heul doch nicht rum ey stressen nur arm rumheulen hier na weil du halt da etwas von Assi bist ja drückt doch endlich mal ja guckt euch mal wie aggressiv die sind ey jetzt sind wir halt ne weil er so ein Wichser ist ja echt mal ja okay da verstehe ich es ja noch wenn er so ein Wichser ist ja oder guck mal wo German Let's Play abhängt warum haben die damit einmal Löcher reingebracht was ist das denn für eine Rotze der Ali und der German Let's Play die sind in Sicherheit vorher ist ja wenn nicht genug Leute da sind was sollen sie machen du meinst nicht genug oh ich hab ja schon wieder keinen Stoß was soll das dann wird's mich nur von hinten nehmen ey äh sehkönig normal verständlich ja hell und dich hat doch jeder schon von hinten genommen warum soll ich doch nicht auch noch naja du mich auch ich dich auch super wir nehmen den Hellload von hinten komm lasst uns fröhlich sein oh doppelte Rundenzeit oh nö hab ich auch so einen eingegrabenen Wichser ne natürlich nicht wie fair der Igel kriegt es immer ab ey nach der Aktion im Krader na klar und jetzt kannst du ihn auch unterschießen ey du mach doch keinen Rotz ey das ist doch voll unfair oh voll doch gerade dasselbe gemacht echt mal nachmacher ey du kannst doch alles gleiches mit gleichen wieder das gleiche wie du machst halt mit deinen Dokumentationen du kannst du machst halt immer irgendwie tust du als wenn du das anderes machst und musst eigentlich immer dasselbe was andere machen ja ja genau genau ja kriegst du auf Fretze kriegst du auf Fretze ja da war der MC Hedge auch weg ha ah Pone Egel kriegst du von allen Seiten ab ey natürlich wie immer oh nein jetzt hab ich hier den scheiß Grafikfehler guck mal wie geil der Igel da oben schon abhängt den kann man so leicht runterschubsen ne den Sonic kannst du halt auch gleich runterschießen ja den mein ich ja na toll ja toll ich lande bestimmt oben drauf auf der Box geh im Wasser nicht schade aber fast zu halb jetzt hab ich auch Grafik Spax ja klasse Sonic steht da mein Typ steht da ich hab so wunderbare Positionen ihr steht dabei noch schon eingegraben in der Kacke ja genau genau ja genau ja Prozent 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 schon gemacht die Behinderung der Reise ich habe ich bin ich bin das finde ich überhaupt nicht gut doch die Wiese sind der Wal-Mien kannst du ja mal sagen ja keine Ahnung weil er sich dagegen machen das haben ihn hier so und den Räten sind noch nur noch nur der Karte einer so oder einem anderen Spieler Scheiße, ich dachte, das reicht, die Druckwelle. Nee. Kannst du knicken, Junge. Hättest du ein bisschen weniger doll schießen müssen. Die Dreckigen. Selber. Ja, was denn, du bist doch da auch total alleine. Ja, trotzdem, da braucht nur einer mir mal so ein Schaf hinschicken und so, und das ist vorbei im Kasten hier. Ich muss aber einfach durchführen. Wir haben beide Grafikspatz. Ja, genau, wie würdest du da ein Schaf hinschicken? Da kann keiner mehr ein Schaf hinschicken. Also zumindest wäre das unendlich geile Leistung, das da rein zu navigieren. Geh jetzt aus dem Map raus, sonst stirbst du auch. Würde ich machen, aber ich habe keine Lust drauf, weil ich nicht gewinnen möchte. Weil wenn einer von euch gewinnt, dann ist das Spiel vorbei. Ja. Und dann hat Helmut gesagt, geht er, das Schwein. Ja. Der langweilige. Ja, dann Helmut jetzt, fällt mir gerade auch so auf. Ja, toll. Was wird das denn jetzt? Ich möchte ein schönes Video.